Der spielt ja nicht ab. Bei so einem Blue-Stick, da kann man einen Seite jetzt anstecken. Aber der spielt hier nicht, oder? Nee, der spielt hier nicht aus. Das war doch ein Bürgerpreis. Der hat wieder drunter, aber das DVD schon. Ich glaube, ich gucke das CD-Rest. Das ist alles von CD-Rest. Ich hatte da auch noch verliegen, dass auch die Kopie zu spielen hat. Aber jetzt funktioniert sie ja. Sehr früh, dann zeige ich hierzu. Ich muss noch mal rein, ich muss noch mal ganz kurz, zwei Minuten. Okay, die Küche. Ich gehe noch mal rein. Wer fährt jetzt? Nein, ich muss jetzt noch rein.